Seit über einem Vierteljahrhundert leben wir unsere Leidenschaft für innovative Technik. Uns ist bewusst, dass die besten Lösungen für unsere Ziele in der Bionik zu finden sind und wir sind zutiefst von der Urkraft des Wassers überzeugt. Basierend auf dieser Überzeugung haben wir unsere patentierte Wasserabrasiv-Suspensionsstrahltechnologie geschaffen, bei der das Herzstück die natürliche Kombination aus Wasser und Sand bildet. Unser stetiger Wunsch ist es, neue Anwendungsgebiete zu erschließen, um bestehende Technologien durch unsere sicheren und nachhaltigen Produkte zu ersetzen oder zu bereichern. Mit unseren innovativen Lösungen können Unternehmen nicht nur ihre Nachhaltigkeitsziele realisieren, sondern auch erhebliche Kosteneinsparungen erreichen. Diese Motivation treibt uns in unserer täglichen Arbeit an. Wir floaten lassen. Untertitelung des ZDF, 2020